Hallo liebe Leute, heute wieder mal ein neues Video. Und wie man vielleicht noch hört, habe ich immer noch ein bisschen einen Atemwegsinfekt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich heute das Video machen. Manche fragen sich vielleicht, warum ich mich immer wieder dem Thema widme, warum das ein wichtiges Thema in meiner Arbeit eben auch ist, das Thema Trauma oder Entwicklungstrauma. Und dazu möchte ich heute ein paar Sachen sagen, eben weil ich auch in letzter Zeit schon relativ viel geteilt habe, aus Büchern etc. und das Thema ja doch kein schönes ist, passt irgendwie nicht so gut in die Social Media Blase, wo man schaut, dass alles toll ist und schön und optimiert, sondern es eigentlich auch ein trauriges Thema ist oder ein Thema, das sehr in die Tiefe geht. Nichtsdestotrotz finde ich es so wahnsinnig wichtig, eben auch gerade deshalb, weil es das eigentlich auch durch mein ganzes Arbeitsfeld zieht. Also wie ihr wisst, ist so die Grundlage meiner Arbeit die Psychoneuroimmunologie, wo es eben darum geht, wie alle Körpersysteme zusammenspielen und es da eben keine Präferenz gibt, sondern es ist rein körperlich, etwas ist rein psychisch, sondern diese Psyche und die Physis direkt zusammenspielen, bis es eins sind. Das nennt man auch Embodiment in der Forschung, also dieser verkörperte Geist. Da gibt es also die Einheit, da gibt es nicht das eine oder das andere. Und was das eben auch für Implikationen hat, wenn es um soziale Themen geht, aber eben auch um Gesundheitsthemen. Und da ist für mich das Thema Traumatisierung bzw. frühkindliche Entwicklungs-, Bindungstraumatisierung oder eben komplexes Trauma irrsinnig wichtig und irrsinnig spannend. Einfach aus dem Grund im aktuellen ICD, also in der International Classification of Diseases, wo sozusagen die ganzen Krankheiten, die sozusagen evident sein und behandlungswürdig, die werden da subsummiert in einem Katalog. Da gibt es eben eine eigene Sparte für psychische Störungen und da ist die posttraumatische Belastungsstörung drin, soweit ich weiß. Und ganz viele andere einzelne Störungsbilder, wie bipolare Störung, Schizophrenie, Verhaltensauffälligkeiten, also da gibt es unterschiedliche Dinge. Alle, was jetzt nicht auswendig, müssen Sie nachschauen. Aber das komplexe Trauma ist eben nicht drin. Und ich finde es schade, weil es eben, also nicht aus meiner Sicht, sondern auch aus Forschungssicht, für alle Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigen, es wird so viel subsummieren. Also ganz viele von diesen einzelnen Diagnosen, auch Depressionen etc., könnte man wahrscheinlich unter der Klassifikation des komplexen Traumas zusammenfassen, weil einfach ein komplexes Trauma, anders als es viele vielleicht glauben, ist das Wort Trauma hören, denken viele an Kriegserlebnisse, Vergewaltigungen, Überfälle, so Einzeltraumatisierungen. Und ein komplexes Trauma, wie es zum Beispiel auch eine Entwicklungs- oder Bindungsdrama ist, das sind oft Sachen, die über sehr lange Zeit vonstatten gehen oder auf einen Organismus, auf einen Menschen, auf dessen Psyche einwirken, aber dann eben objektiv betrachtet, dass das nicht so heftig sein, oder es heftig sein müssen. Und andererseits, ganz viel in der Kindheit schon passiert, wo die Sachen sowieso weniger Intensität brauchen und massive Folgen, sozusagen Folgeketten auszulösen. Wenn man sich eben denkt, wie vulnerabel ein Kind ist, ein Baby ist, dann ist eigentlich klar, dass das sehr schnell bei Unachtsamkeit oder Nicht-Verstehen, dass das zu einer Verletzung, einer Traumatisierung führen kann. Und das hat dann eben weitreichende Folgen für das ganze Ich-Konzept, was ein Mensch entwickelt und generell, was dieser Mensch für Bewältigungsstrategien oder Kompensationsmechanismen entwickelt. Und diese halten die meisten Menschen, wenn sie unbearbeitet bleiben, eben ein Leben lang bei. Was ich irgendwie erbauend finde an dem ganzen Konzept ist, dass, wenn ich das auch so sehe, wie ich es gerade gesagt habe, dass das Bewältigungsstrategien sind, diese Kompensationsmechanismen, dann sind die immer adaptiv. Das heißt, es ist keine Störung oder keine Krankheit, was sich daraus entwickelt, sondern es ist das Beste, was der Organismus zu dieser Zeit zur Verfügung gehabt hat. Die Frage ist, ist es jetzt noch adäquat, dieses Verhalten weiterzuführen? Und da ist einfach meine Erfahrung auch, und nicht nur meine Erfahrung, sondern vor allem die Erfahrung von sehr vielen Leuten, die auf dem Gebiet geforscht haben, dass oft eine klassische Redekur, so wie es in der Psychoanalyse zum Beispiel ist, wo man kognitiv versucht, diese Sachen zu verarbeiten, rein kognitiv, über Gespräche, das manchmal nicht viel nützt, weil es sozusagen nicht tief genug ins Nervensystem geht. Und unser Präfrontalkortis, was man heute annimmt in der Neurowissenschaft, der Sitz unseres Ichs ist, unserer Kognition, unseres Bewusstseins, unseres Tagesbewusstseins, dann hat es nur sehr wenig Einfluss auf den Rest des Gehirns, wo eigentlich unsere ganzen Muster sozusagen abgespeichert sind, wo die fest sitzen. Da geht es sehr viel mehr um Erlebtes, was man wirklich erlebt, und nicht nur über was man redet. Wenn man das Ganze aus der körperpsychotherapeutischen, traumaorientierten Sicht sieht, dann gibt es ein paar Lebensaufgaben oder ein paar grundlegende Bedürfnisse, die erfüllt sein sollten oder müssen, damit ein Kind sozusagen optimal gedeihen kann. Und das wäre, je nach Schule ist das unterschiedlich, aber so in etwa wären das eben Sachen wie Ankommen in der Welt, das heißt, wenn ich auf die Welt komme, wie komme ich an, ist das eine stressige Situation oder habe ich gleich Körperkontakt zu einer primären Bezugsperson, sind das nette Geräusche, Gerüche, Körperempfindungen, die ich habe, wenn ich auf die Welt komme, oder ist da schon was schiefgelaufen. Dann das Thema Einstimmung. So ein Kind kann sich in den ersten Jahren, oder Monaten natürlich, aber auch bis in den Jahren, nicht wirklich verbal artikulieren, sondern da geht es ganz viel darum, kann die primäre Bezugsperson oder die primären Bezugspersonen, können die sich einstimmen auf ein Kind, können die spüren, was will das Kind gerade, was ist das Bedürfnis und kann ihnen das Bedürfnis adäquat befriedigen. Das macht ganz viel mit der neuronalen Entwicklung des Säuglings aus und mit dem Selbstverständnis des Säuglings in der Welt. Jemand versteht mich, jemand kann sich auf mich einstimmen. Ein nächstes Thema, das wäre Sicherheit. Ein ganz primäres Thema eigentlich, also das könnte am Anfang stehen, geht es darum, bin ich generell sicher in der Welt und wenn dieses Sicherheitsbedürfnis nicht von Anfang an da war oder gleich am Anfang an da was schiefläuft und das kann sehr schnell gehen, weil ich sage, ein Säugling ist ohne primäre Bezugspersonen oder ohne irgendjemanden, der es beschützt, nicht lebensfähig, nicht lange. Das heißt, Sicherheit kann sehr schnell einmal in Unsicherheit dann schwappen und wenn das wiederholt passiert und über längere Zeit, können da schon Entwicklungstraumatisierungen auftreten und die können sozusagen neuronal so reinbrennen, dass die, wenn sie unbearbeitet bleiben, ein Leben lang bestehen bleiben. Und das sind so irrsinnige wichtige Themen, die dann ganz viel von den Verhaltensweisen und von den Mustern, die Menschen so ein Leben lang mit sich mitschleppen oder mit sich mittragen, dann auch erklären können. Und auch ganz viele Symptomatiken, die wir heutzutage eben in viele verschiedenen Katalogen eingeteilt haben und das ganz verschiedene Störungen sein, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, die wenigsten Personen, die psychische Störungen haben, haben nur eine Störung, und die haben viele von den Störungen. Sprich, wenn man da ein bisschen weitergehen würde und auch sagen, okay, die grundlegende Thematik, das grundlegende Problem ist ein komplexes Trauma, dann könnte man das auch ganz anders behandeln und könnte eine ganz andere Sichtweise für das Ganze entwickeln. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass das anerkannt wird, weil wenn das in so einem Katalog wie dem ICD nicht drinsteht, dann kann man keine Fördergelder für Forschung beantragen. Dann gibt es keine Forschung, weil es gibt keinen Begriff dazu, der offiziell sozusagen benutzt wird. Wenn es keine Forschung gibt, dann gibt es keine Therapieformen, dann gibt es eigentlich nichts dazu. Dann gibt es das sozusagen im wissenschaftlichen Umfeld nicht. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Das hat weitreichende Folgen, wenn solche Konzepte eben einfach ignoriert werden. Was das für mich persönlich macht, wenn ich das so sehe, dass das eben adaptive Überlebensmechanismen sind, dann macht das für mich ganz viel, wenn es darum geht, andere Menschen zu verstehen. Ich sehe in unserer Welt, vor allem in der Social-Media-Blase, sehr viel Fingerzeig. Der ist schlecht, der ist schlecht, der macht es falsch, der ist böse, wegen dem läuft alles schief. Und es ist sehr viel Anschwärzen anderer, ohne wirklich Lösungen zu bieten. Das ist auf individueller Ebene sehr oft so, aber es ist auch auf sozialer Ebene so. Und für mich bietet dieses Modell sozusagen ganz eine andere Herangehensweise. Ich versuche dann immer zu schauen, okay, was ist denn da schiefgelaufen, dass Menschen so oder so jetzt handeln. Und wenn man das mal so integriert hat in sein Denken, dann geht es eben so, wie es in der Therapie dann eben auch darum geht, dann nicht darum, die Störung zu behandeln oder das wegzumachen, sondern es geht darum, diese ursprünglichen Erfahrungen, die nicht gemacht worden sind, wiederherzustellen. Ganz viel ist das Thema Sicherheit, dass jemand wieder Sicherheit hat. Und da ist es auch auf gesellschaftlicher Ebene so, wie kann ich den Menschen Sicherheit geben, oder gewissen Menschen, gewissen Menschengruppen, wie kann ich denen Sicherheit einmal primär geben, also Ressourcen zur Verfügung stellen. Und da kommt dann die Ressourcenarbeit, dass man zuerst die Menschen wieder stärkt und dann kann man versuchen, okay, wenn die die Ressourcen jetzt haben, wenn die wieder Sicherheit haben, aus einem gestärkten Zustand, dann kann man Veränderungen herbeiführen. Wenn man da einfach reinpulvert sozusagen in diesen unsicheren Zustand, wo den Menschen eh die Ressourcen fehlen, dann hat man eigentlich nur Krieg unter Anführungszeichen gegen die anderen. Wenn man aber von der Warte hergeht, okay, da fehlt irgendwas, und ich versuche z.B. über Ressourcen möglichst viel Sicherheit zu schaffen, dann kann ich auf einer ganz anderen Ebene vielleicht zu einer Veränderung führen. Das macht es für mich irgendwie so reich, das ganze Konzept. Und deswegen ist es für mich nicht ein tragisches Ding, diese frühkindliche Traumatisierung, Trauma allgemein, komplexes Trauma, sondern es beherbergt für mich ganz viele Wege und Konzepte, wie man vielleicht etwas besser machen kann. Wenn euch das Thema interessiert, dann lasst mir gerne eine Nachricht da oder einen Kommentar, da können wir gerne ein bisschen darüber diskutieren. Ich freue mich über jede Interaktion, wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.